Hallo und willkommen zu einem kleinen Vlog Und zwar geht es um das Minecraft-Desplay, das gerade läuft Weil sowieso kein anderes überhaupt läuft Und, ähm, ja, es geht einfach nochmal um eine kleine Warnung Wenn ihr nicht meine Videos schaut, werdet ihr alle... Nein, äh, nein, das neueste Java-Update Das ist, äh, achso, das ist jetzt August ungefähr rausgekommen Juli oder August Ich glaub, August war's Äh, und das verhält sich nicht sehr mit Forge Also mit Minecraft-Forge Das heißt, bei Shader oder Mods benutzt, die Forge benötigen Äh, das sollte nicht updaten, wenn es gemacht hat Äh, selbe Problem wie ich Ich hab's einfach mir nicht durchgelesen bei den Hier einfach auf Seiten Ich tue mich über alle Updates und Treiber-Versionen, keine Ahnung Da ein bisschen informieren, dass ich weiß, was auf mich zukommt Seit dem Nvidia-Vorfall, der mein PC sozusagen außer Gefecht gesetzt hat Zumindest meine Grafikkarte Da, wo ich dann einfach später mein Betriebssystem drauf machen musste Und so weiter, bla 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 Äh, ja, nach der Vorfall ist auch schon ein Stückchen her Da hab ich jetzt einfach nochmal hier ein Backup gemacht von allen Also ich hab einfach das Wichtigste auf dem Desktop geklatscht Äh, hier ist Saves, das ist unsere Speicher Das ist unsere Welt Dann hier unser Texture-Pack, beziehungsweise Resource-Pack Unsere Shader und unsere Mods Die sind alle sicher verwahrt hier Jetzt bringe ich hier nicht auf Zack, löschen, klick Nein, mach ich nicht Äh, selbst dann Zieh mir nur ein Papierkorb Ich könnte sie immer noch rauspischen Naja, äh, einfach so Ich hab, wie gesagt, gar nichts in meinem Kopf Jetzt, also noch nicht Hier ist ein Beispiel Nichts Und ich hoffe, dass ich das, wenn ich das in Ordnung noch hinkriege Ich hab eben sehr viel zu tun Deswegen muss das auch jetzt schnell in die Kiste gehen Dass ich das heute nur schaff, eine Folge aufzunehmen Und hier ist ein bisschen, äh Ein bisschen Werbung für mich, nein Und, naja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Egal ob mein Kopf oder ein anderer Let's Play Ich wünsche euch viel Spaß Und, wie gesagt Das neueste Update in Java Nicht herunterladen Das wäre, glaube ich 1.8 unterstrich 20 Müsste es sein, zumindest Das letzte war 0.5 Und jetzt 2.0, also 20 Ich kann sagen, wie ich will Einfach, äh, einfach das neueste immer auf Auf das Kreuzchen drücken, wenn da steht Java Update verfügbar Ja, und um mich jetzt nicht weitelange zu fassen Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Ja, und um mich jetzt mal